Musik In Büdingen sind wir zu Hause, in unserer ländlichen Region sind wir verwurzelt. Sie gibt uns Heimat und Geborgenheit. Musik Deshalb wollen wir uns gemeinsam für unser Büding einsetzen. Musik Büdingen ist mehr als eine Stadt. Büdingen ist Familie und Freunde. Büdingen ist Schwimmen und Eis essen gehen. Büdingen ist ein echtes Lebensgefühl. Musik Wir lieben Büdingen, auch weil es mit seinen mittelalterlichen Gebäuden eine einzigartige Geschichte erzählt. Diese Chancen wollen wir für den Tourismus besser nutzen. Musik Unsere reiche Natur- und Kulturlandschaft wollen wir ihnen daher in ihrer Schönheit und Vielfalt schützen und erhalten. Diesen Chancen wollen wir zur Landesgartenschau Oberhessen mit vielen Menschen teilen. Musik Wir wollen Kunst, Kultur und Vereine fördern und so für uns Büdinger und unsere Gäste ein echter Wohlfühlort sein. Musik Wir sind für alle Stadtteile gleichermaßen Ansprechpartner und setzen uns für ein lebendiges Dorfleben ein. Büdingen hat für mittelständige Unternehmen mehr Potenzial als man denkt. Auch die Digitalisierung ist für Büdingen eine große Chance. Der Tourismus für unsere wunderschöne Stadt hat auch noch sehr viel Potenzial. An diesen Themen wollen wir zukünftig verstärkt arbeiten. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir das Büdingen von morgen entwickeln. Wir, die CDU Büdingen, haben ebenso motivierte wie erfahrene Kandidaten, um diese Zukunft zu gestalten. Sie entscheiden, welchen Weg Büdingen in den nächsten Jahren geht. Wir, die CDU Büdingen, stehen für Tradition und Zukunft. Unterstützen Sie uns auf diesem Weg mit Ihrer Stimme am 14. März. Daniel